Am Ende, wenn die Welt vergeht und kein Gedicht weiß, wer wir waren, wenn kein Atom mehr von uns steht seit zwölf Milliarden Jahren, wenn schweigend still das All zerstiebt und mit ihm auch die letzten Fragen, wird es die Welt, die's nicht mehr gibt, niemals gegeben haben. Am Ende, wenn die Welt vergeht und kein Gedicht weiß, wer wir waren, mit anderen Worten, wenn mit uns auch jede unserer Überlieferungen verschwunden ist, wenn kein Atom mehr von uns steht seit zwölf Milliarden Jahren, eine willkürliche Zahl, die nur heißen soll, sehr, sehr lange, vor allem im Vergleich mit den wenigen hunderttausend Jahren, die es Menschen gegeben haben wird, wenn schweigend still das All zerstiebt und mit ihm auch die letzten Fragen, da es ja niemanden mehr gibt, der sie stellen kann, wird es die Welt, die's nicht mehr gibt, niemals gegeben haben. Der Gedanke ist der, dass nur im Überliefertsein in der Erinnerung vergangene Existenz überhaupt eine jemals gewesene Existenz ist. Auslöschen der Spuren und der Überlieferung heißt rückwirkendes Auslöschen der Existenz. Ein zugegebenermaßen umwerfender, aber auch schlichter Gedanke. Er ist die unvermeidliche Konsequenz unserer Wahrnehmung von Raum und Zeit. Unser Vorstellungsvermögen, und das spiegelt auch dieses Gedicht wieder, kann nicht anders als Zeit weiterdenken. Paradoxerweise stellt man sich sogar eine fortschreitende Zeit nach dem Ende aller Existenz von Raum und Zeit vor, in der alles Gewesene ohne Spuren bleibt. Man könnte die Sache aber auch genau andersherum und mit den Worten aus Rilkes neunter Elegie betrachten. Aber dieses einmal gewesen zu sein, wenn auch nur einmal irdisch gewesen zu sein, scheint nicht widerrufbar. Mit folgendem kleinen Gedicht will ich mich dreisterweise an der Diskussion zwischen Herndorf und Rilke beteiligen. Die eine Blase, Raum und Zeit, die dein Leben immer weiter füllt bis eines Tages, wer je vermag's, sie zu zerstören. Sie bleibt ewig, quer zur Zeit. Und quer zur Zeit du mit ihr bleibst, ewig, ewig bestehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020